Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute ein Himmola Sofa namens Cumuli 4537 als Sofa mit Vollrelexbeschlag, manuell mit Gasdruckfeder in Leder 24 Longlife Schiefer. 1,73 Meter Platz brauchen Sie hier nur und haben zwei Komfortsitze. Ganz einfach, Sie drücken sich hier ab und das Fußteil kommt raus. Schon haben Sie die Fußauflage. Hohe Bequemlichkeit, hier eine Gasdruckfeder, kann ich nach hinten gehen und hier oben kann ich mir das Kopfteil noch nach vorne holen. Schon habe ich eine maximale Bequemlichkeit für einen schönen Fernsehabend. Nachteil, ich brauche relativ viel Platz nach hinten, so 40, 50 Zentimeter muss ich von der Wand wegbleiben, damit ich das nutzen kann. Weiterer Vorteil, Technik ist einfach, wird also wenig kaputt gehen, Bequemlichkeit ist hoch. Nachteil, Himmola verlangt für dieses Sofa, wenn Sie das neu so bestellen, sicherlich so 2700, 2800 Euro, also viel Geld. Aber es ist es auch wert. Das Leder ist strapazierfähig, die Qualität ist gut. Auch hier habe ich natürlich den Sitz. Kann ich das selber machen. Es geht sehr schnell und flott. Kann mit meinem Partner und mit der Partnerin ganz toll hier einen schönen Abend machen. Advertising bei profischnapp.de bekommen Sie dieses Stück aus einem Kundenstorno jetzt für 1290 Euro plus 99 Euro Versand. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas. Bedankt Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. 6 Minuten bis 30 Minuten Between 30 Minuten Orten Ereinhardt. Am手 في Vierteln Ereinhardt. 25 Minuten